Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joe Craft zu einer weiteren Folge Craft Attack 12. Schön, dass ihr alle dabei seid. Schön, dass alle Menschen euch zu einem weiteren Video hier auf Twitch gratulieren. Ich wollte gerade gratulieren sagen. Ich gratuliere euch herzlich, dass ihr dieses Video gefunden habt. Ich gratuliere euch, dass ihr zuguckt. Dankeschön. Ich gratuliere allen Menschen, die heute Geburtstag haben. Denn es kann sein, dass heute Leute Geburtstag haben. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr heute Geburtstag habt oder nicht. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne schreiben, wann ihr Geburtstag habt. Aber schreibt das ja bitte nicht rein. So, meine Damen und Herren, ich habe hier, wie ihr seht, in unserem Labor, wo sich gerade super viel tut, eine Schleimfarbe gebaut. Eine neuere Schleimfarbe gebaut. Das ist die Popcornmaschine. Ich hoffe, ihr erinnert euch an die Popcornmaschine. Und ich würde gerne erstmal wissen, ob diese Popcornmaschine funktioniert. Und dann möchte ich euch heute gerne etwas zeigen. Das hat was mit diesen Dingern zu tun. Wir werden heute eine coole Technik bauen, die ihr nachbauen könnt und die ihr bestimmt gebrauchen könnt. Aber erstmal brauchen wir eine Potion of Infestion und dazu noch Potion of Ousing. So funktioniert ja diese Farm. Und ich habe die Farm jetzt so automatisiert, dass man sie von hier aus bedienen kann. Habe sie bis jetzt aber noch gar nicht getestet. Das wird jetzt ein Live-Test sein. Also die Idee ist, dass man die Infested Potion einmal hier reinlegt. Dann wandert sie über diesen Lifter hier nach oben. Geht da entlang, da entlang, da entlang in die Trichterstraße. Und sollte theoretisch da vorne jetzt auf die Allays geschossen werden. Es werden Silberfische erzeugt. Und dann sieht die Silberfische, droppen auch schon mal nach runter. Und jetzt kann ich hier mehrere Ousing Potions reinlegen. Die werden auch nacheinander jetzt nach oben geleitet. Und sobald Ousing Potions da vorne ankommen, sollte jetzt da ein Mechanismus sich aktivieren. Ihr seht da hinten die Redstone-Technik. Ja, geht an. Ab jetzt werden die Silberfische dort aufgehalten für einen Moment. Das System wartet jetzt, bis genug Silberfische sich da angestaut haben. Feuert dann einmal die Ousing Potion ab und beginnt den Zyklus nochmal. Und das macht es dann so lange, bis alle Ousing Potions aufgebraucht sind. So, jetzt macht den Zyklus. So, bumm. Die Silberfische werden runtergelassen. Es müsste dadurch jetzt Schleim da unten entstehen. Yo, ich habe die Wände doppelt verstärkt, dass der Schleim nicht escapen kann. Und ihr seht, es funktioniert. Es funktioniert. Und die Maschine macht das jetzt automatisch. Das heißt, ich muss nur hier einmal eine Infested Potion reinlegen und dreimal eine Ousing Splash Potion einlegen. Und der Rest macht die Maschine dann komplett von alleine. Das heißt, ihr seht auch, der Zyklus wird hier von alleine gesteuert. Das funktioniert. Das da oben ist ein bisschen weird. Das können wir nochmal fixen. Wir werden es wahrscheinlich auch nochmal fixen, aber aktuell sieht es gut aus. Okay, top. Meine Damen und Herren, das ist der Plan. Es funktioniert. Und theoretisch hier unten zwar auch ein Schleim-Chunk, was ganz lustig ist. Deshalb haben wir ganz viele Schleims hier. Vielleicht sind die nicht so ganz happy über eure Brüder und Schwestern, die ich da... Aber naja, es funktioniert, meine Damen und Herren. Und der Schleim soll dann später automatisch ins Lager importiert werden. Gut. So. Das heißt aber, dass wir die Sachen brauen müssen. Wir könnten jetzt eine automatische Braumaschine bauen. Aber das finde ich langweilig. Das hat es schon tausendmal gegeben. Und brauchen wir auch nicht. Wenn ich ehrlich bin, will ich hier so ein kleines Braulabor bauen, bei dem wir ein bisschen die Sachen anpflanzen, die wir benötigen. Aber ich bin ein bisschen faul. Was ich zum Beispiel cool fände, ist, wenn automatisch hier gefüllte Glasflaschen reingelegt werden. Und ich möchte mit euch jetzt eine ganz kleine, simple Maschine bauen, die mit dem Crafter funktioniert, die genau das macht. So. Das Ding ist, ich weiß nicht, wie so eine Maschine gebaut wird. Deshalb werden wir jetzt einfach mit unseren Redstone-Kenntnissen das selber ausprobieren. Und das ist vielleicht für euch ganz cool. So könnt ihr das ein bisschen nachbauen. Also ich möchte eine Maschine bauen, die jetzt folgendes macht. Ich packe hier in diese Kiste Glas. Und das Ding füllt automatisch diese Flaschen voll mit... Was? Diese Brewing Stands mit gefüllten Wasserflaschen auf. Los geht's. Das wird heute auf jeden Fall ziemlich spannend, denn wir werden heute tatsächlich diese Technik entwerfen. Und dann seht ihr auch mal so ein bisschen, wie ich das mache. Letzten Endes mache ich das halt die ganze Zeit im Livestream. Und auf YouTube seht ihr halt zusammengecuttet, was ich baue. Aber so läuft halt jeder Livestream ab. Und heute seht ihr es mal im Video. Also, der Plan ist folgender. Ich setze einen Crafter hin. Der Crafter soll aus Glas als allererstes Flaschen craften. Flaschen craften sich in Minecraft ja so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hoffentlich habe ich es richtig in Erinnerung. Haben wir Glas. Ich glaube, ich habe hier Glas reingepackt. Ja, perfekt. Gucken wir mal ganz kurz eben, ob es funktioniert. Das heißt, wenn ich jetzt hier was reinwerfe in die Kiste, dann wird das Glas in den Crafter gepackt. Und, genau, der würde jetzt Glasflaschen machen. Gut. Ich möchte, dass nicht die ganze Zeit was aus der Kiste in den Crafter gemacht wird. Aber das schauen wir uns gleich an. Die nächste Sache ist, dass die automatisch zu Wasserflaschen gemacht werden müssen. Das heißt, wenn der Crafter die Flaschen gecraftet hat, gehen sie in einen Dropper. Und danach baue ich einen Dispenser. Und dann baue ich an die Anlage an, am besten irgendwie hier, das müssen wir mal ein bisschen ordentlich machen, gucken wir mal, gehen wir ein bisschen zur Seite, einen Trichter. Der Trichter ist der Output. So, jetzt können wir hier eine coole Technik bauen. Eine relativ simple Technik, die wir hier an den Dropper anschließen. Dazu müssen wir einmal hier Smoothstone hinsetzen. Und einmal einen Komparator hier hin. Braucht jetzt noch ein paar Verstärker. Die habe ich auch da. Ich lerne mein Inventar mal ein bisschen, dass wir ein bisschen Platz bekommen. Okay. Und diese Technik macht folgendes. Ich erkläre euch die Technik auch einfach mal. Wenn Items in dem Dropper drin sind, ich mache es mal eben so. Wenn Items in dem Dropper hier drin sind, dann wird dieses Ding, wie ihr seht, aktiviert und läuft die ganze Zeit im Kreis. Wenn ich jetzt hier einen Repeater dran baue und ich sehe gerade zum Beispiel, jetzt ist die Technik hier schon falsch. Ich nehme mal kurz den Crafter weg. Nehme ich das mal kurz weg. So, wenn ich jetzt hier einen Repeater anschließe, dann seht ihr, spuckt die Technik die Items aus. Die Besonderheit ist, der Dropper wird aktiviert von dem Repeater, spuckt die Items weiter in den Dispenser. Und anschließend, weil ja der Dropper aktiviert worden ist, gibt er das Signal weiter an den Dispenser. Ein Block in Minecraft kann ja, das solltet ihr wissen, unter Strom gesetzt werden. Zum Beispiel ein Crafter. Und er gibt den Strom auch weiter an den nächsten Block, der daneben ist. Und der Dropper wird also unter Strom gesetzt, spuckt das Item weiter, aber aktiviert auch den Dispenser, der auch unter Strom gesetzt wird, der das Item ausspuckt. So, dann ist mir noch was aufgefallen jetzt gerade. Die Technik ist zu weit vorne, die müssen wir kurz nach hinten schieben. So, und jetzt passiert noch was Interessantes. Denn, wenn ich hier unter diesem Dispenser einen Trichter mache, dann saugt der Trichter ja eigentlich Items raus aus dem Dispenser, die in dem Dispenser drin sind. Die wandern ja in den Trichter. Aber, wenn ich den hier aktiviere und quasi im gleichen Moment den hier aktiviere, dann hat der Trichter gar keine Zeit, Items rauszusaugen. Das heißt, wenn jetzt hier ein Item drin ist, seht ihr, wandert dieses Item durch diese Anlage durch. So, und jetzt ist es interessant, denn wenn ich jetzt hier eine kleine Fläche mache, wir bauen das am besten auch aus diesen Blöcken. Warum baue ich es aus den Blöcken? Ganz einfach. Ihr seht, ich habe einen Haste-Effekt und baue die Blöcke instant ab. Diese Blöcke hier kann ich nicht instant per Hand abbauen. Ihr seht, wenn ich hier aussehen draufklicke, dann muss man schon ein bisschen beherzter klicken, damit was passiert. So, jetzt kommt hier Wasser rein. Und nun passiert hier was Interessantes. Weil wir hier einen Dispenser haben, würde der Dispenser jetzt einmal eine Flasche füllen. Und die gefüllte Flasche bleibt ja dann im Dispenser. Und die geht dann nach unten. Und das ist der Trick tatsächlich, mit dem ich hier arbeite. Sprich, wenn wir uns jetzt einmal Flaschen craften, so, ich habe jetzt hier drei Glasflaschen und ich packe die jetzt hier oben rein, dann seht ihr, werden die Flaschen befüllt. Das Ding spuckt die da rein, der Dispenser aktiviert sich, befüllt die Flasche mit Wasser, anschließend geht die Techniker aus und das Item fällt nach unten. Das heißt, jetzt haben wir schon mal eine Technik, die Glasflaschen befüllen kann. So, der nächste Trick wird jetzt sein, dass wir hier den Crafter hinbauen. So, und der Crafter soll halt neue Glasflaschen machen, wenn eine Bedingung erfüllt ist. Und zwar, wenn der Kollege leer ist. Also, sobald der Dropper leer ist und keine Flaschen mehr hat, soll der Dispenser Glasflaschen nachcraften. Das heißt, wenn diese Fackel an ist. Wenn diese Fackel an ist, bedeutet das, dass der Dropper leer ist und dass Glasflaschen nachgecraftet werden müssen. Jetzt ist die Frage, ist das eine gute Idee? Nein, ist es nicht. Und ich weiß auch schon warum, denn später soll sich die Anlage ja ausschalten. Die muss ja nicht die ganze Zeit Flaschen durchcraften, sondern sie muss ja nur so lange Flaschen craften, bis hier oben die Flaschen voll sind. Deshalb müssen wir jetzt etwas bauen, was Zuschauer hier auf meinem YouTube-Kanal sehr, sehr gut kennen. Und zwar eine Itemhebeanlage. So, und diese Itemhebeanlage, die kommt jetzt hier hin. Wir setzen einen Dropper so hin, einen Dropper so hin. Und ich brauche nochmal zwei Dropper, die nach oben gehen. Hey, wie gut, dass ich gerade mich hier bei uns in unserem Vault befinde. Denn hier oben ist ja unser Redstone-Lager. Das heißt, ich kann einfach unseren Redstone-Key hier oben reinlegen und kann mal ganz kurz shoppen gehen. Hier gibt es Free Shopping for Redstone Utilities. Wir brauchen Dropper. Haben wir Dropper in der Herstellung? Ja, nehmen Sie sich gratis Dropper. Wunderbar. Was brauchen wir denn noch? Wir gehen mal ein bisschen shoppen. Wir brauchen Verstärker brauchen wir noch und wir brauchen Redstone-Komparatoren. Wunderbar. Und was wir auf jeden Fall brauchen, ist ein Daumen hoch auf diesem Video, wenn es euch gefällt, meine Damen und Herren. Kleiner Klick für euch, große Unterstützung für den Kanal. Vielen herzlichen Dank. So, gehen wir zurück zur Itemhebeanlage und bauen zwei weitere Dropper hier hin. So, die Itemhebeanlage funktioniert jetzt, indem wir hier unten an dieser Stelle die Technik, die wir da gebaut haben, nochmal bauen. Also, gehen wir so ein bisschen zur Seite. Das Ganze bauen wir bei dem untersten Dropper. Ungefähr hier bauen wir eine kleine Fläche, immer so ein 3x3-Feld. Schließen das Ganze dann an. Einmal ein Komparator hier. Repeater so, Repeater so. Allerdings jetzt kein Repeater so, das würde nicht funktionieren. Wir wollen jetzt ja irgendwie alle Dropper auf einmal aktivieren. Und das machen wir wie folgt. Ich mache vielleicht doch einen Repeater so, jetzt würde sich der untere Dropper aktivieren und der Dropper aktivieren. Es fehlen jetzt ja noch die beiden Dropper. Die müssen ja auch noch aktiviert werden. Und das machen wir mit einem Observer einmal so. Redstone einmal hier. Und nochmal ein Observer hier. Das heißt, wenn jetzt ein Item hier unten ist, muss das Item theoretisch bis nach oben geleitet werden. Um das mal kurz zu testen, gehen wir hier hoch. Setzen mal ganz kurz hier einen Block hin. Setzen hier einen Trichter hin. Und werfen mal ein Item rein. Zum Beispiel einmal das Ding hier und das wird nach oben geleitet. Funktioniert. Was passiert, wenn wir 1, 2, 3 hier reinsetzen? Dann sendet der auch alle nach oben. Das heißt, das hat funktioniert. Die Itemhebeanlage macht ihren wunderbaren Dienst. So. Nächster Schritt wird sein, dass wir einmal kurz hier einen Trichter hin machen. Zack. Hier einen Trichter hin machen. Zack. Und hier einen Trichter hin machen. Diese Trichter befüllen jetzt hier das Ganze mit den Items. Und jetzt kommt die Besonderheit. Hier oben bei diesem Trichter hier machen wir jetzt einen Komparator dran. Und dieser Komparator schaut, ob Items in diesem Trichter drin sind. Und sobald genug Items in diesem Trichter drin sind, und zwar wenn der Trichter voll ist, das können wir relativ einfach erkennen, in dem ich einen Block hier dran baue und jetzt den Komparator hier hinsetze. Der Komparator kann auch durch den Block durch ein Item messen. Und das ist eine Besonderheit, und zwar wenn der Komparator nicht in diesem An-Modus, sondern in diesem Modus ist. Und wenn ihr neben den Komparator einen Redstone-Block setzt, dann gibt der Komparator hier nur dann Strom, wenn dieser Trichter voll ist. Das heißt, sobald dieser Trichter komplett voll ist, gibt es hier Strom. Das bedeutet, diese Fackel geht aus. Das bedeutet, diese Fackel ist an, solange der Trichter noch nicht ganz voll ist. Und solange diese Fackel an ist, soll unser Crafterino hier arbeiten. Das heißt, den müssen wir jetzt an eine sehr, sehr langsame Clock anpacken, weil der Crafter craftet ja immer drei Flaschen auf einmal. Deshalb muss die Clock langsam genug sein, dass diese Anlage Zeit genug hat, die Flaschen auch erstmal mit Wasser zu befüllen. Deshalb bauen wir jetzt eine Slow Clock hier ein. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie ich das denn am sinnvollsten mache. Wir können es zum Beispiel so machen, dass wir die Clock so bauen. Ich baue das mal schon mal jetzt. Also einmal ein Verstärker hier, einmal den Kollegen hier, einmal den Kollegen hier und einmal so. Und ihr seht, da haben wir eine Clock. Sogar eine ziemlich gute Clock. Die können wir theoretisch jetzt auch noch erweitern. Das heißt, die gehen wir hier hinlegen, die hier hinziehen. So. Und wichtig ist jetzt, das Redstone hier oben bepowert den Block und der Block bepowert dann den Crafter. Die wichtige Sache ist, der Repeater bepowert nicht den Block unter sich. Aber wenn Redstone auf einem Block drauf ist, bepowert er den Block unter sich. Das ist wichtig zu wissen. Und was wir jetzt machen, ist einfach hier nochmal so zweimal Redstone hin. Wenn also dieser Trichter hier oben voll ist, dann geht Strom hier an. Der Strom bepowert den Block unter sich. Ein bepowerte Block kann von einem Verstärker ausgelesen werden. Der Verstärker sendet den Strom dann hier hin, auf diese Leitung. Und solange Strom auf dieser Leitung ist, seht ihr, ist die Clock aus. Das heißt, jetzt gerade in diesem Zustand fängt der Crafter an, Dinge zu craften. Wir bringen dem Craft noch bei, dass er Flaschen craften soll. Und eine Sache fehlt jetzt noch zu meiner absoluten Satisfaction. Und zwar, wir sehen zum Beispiel jetzt, wenn ich einen Trichter hier hin packe, dann wird dieser Trichter immer wieder blockiert. Also solange hier Strom ist, ist der Trichter blockiert, wie ihr seht. Das möchte ich zum Beispiel jetzt vermeiden. Deshalb kommt jetzt quasi so ein kleiner Redstone-Trick. Ihr seht, immer wieder, dass Redstone mit Half-Slaps arbeiten. Half-Slaps können keinen Strom leiten. Deshalb baue ich jetzt hier eine Half-Slap hin. Und ihr seht jetzt quasi, der Trichter bleibt jetzt nicht mehr blockiert dadurch. Hier ist eine ganze Stufe, die bepowert den Crafter. Das funktioniert. Und theoretisch könnten wir das System auch mal ganz kurz testen. Jetzt muss ich nämlich auch eine Sache machen. Ich muss jetzt von dem Output dieser Anlage, also da, wo die Flaschen sind, hier einmal klick und einmal hier klick. Die Trichterschlasse anschließen. Und ihr seht, die Flaschen werden schon mal nach oben geleitet. Ich glaube, das funktioniert ganz wunderbar. Auf meiner Maus war gerade Dreck. Die hat sich gerade von alleine bewegt. Ihr seht, die Wasserflaschen wurden reingeleitet. Das hat funktioniert. Das heißt, wenn ich jetzt mal einfach mal ein Stack Glas nehme und ich werfe den hier in den Trichter rein, dann sollte das System jetzt Wasserflaschen craften. Ah, jetzt. Okay, jetzt craftet er Wasserflaschen. Ihr seht, die gehen hier rein. Eins, zwei, drei. Und eins, zwei, drei. Er macht es wunderbar. Und was jetzt passiert, ist folgendes. Ihr seht, er füllt jetzt das hier komplett auf mit Wasserflaschen. Er füllt jetzt das komplett auf mit Wasserflaschen. Sobald dieser Trichter voll ist, wird als nächstes der Brinkstand voll gemacht. Sobald der Brinkstand hier voll ist, wird der Trichter hier voll gemacht. Wir machen mal kurz den Dreck hier raus. Der ist noch ein bisschen Dreck drin in den Dingern. Das ist nicht so schlimm. Deshalb irgendwas auf die Drifter drauflegen. Dann funktioniert es. So läuft. Der wurde voll gemacht. Als nächstes wird der voll gemacht. Sieht gut aus. Als nächstes wird der voll gemacht. Okay, super. Als nächstes wird der voll gemacht. Und das Ganze geht jetzt immer weiter, bis dieser Trichter voll ist. Und jetzt wird dieser Trichter voll gemacht. Und wir erinnern uns, sobald dieser Trichter komplett voll ist, geht der Strom hier an. Und ab jetzt schaltet sich die Anlage aus. Das heißt, es werden immer noch ein paar Flaschen nachgeliefert, wie wir sehen. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt hier diese drei Flaschen rausnehme hier aus dem Kollegen. Ich kann zum Beispiel sagen, okay, ich nehme eins, zwei, drei Flaschen hier raus. So, dann seht ihr, ist dieser Trichter immer noch voll. Aber sobald ihr aus diesem Trichter auch wieder eine Flasche rausgenommen wirft, schaltet sich die Anlage wieder an, craftet automatisch die Flaschen nach und die Flaschen werden automatisch hier oben reingefüllt. Maximal so viele. Genau, maximal fünf. Es passt perfekt. Es passt wirklich auf den Punkt perfekt. Wunderbar. So, jetzt ist noch eine Sache zu meiner Satisfaction folgende. Ich möchte gerne, dass, und das ist jetzt auch noch eine Besonderheit, dass aus dieser Kiste nicht die ganze Zeit Glas rausgenommen wird. Weil, das ist ja nervig. Deshalb mache ich jetzt etwas, das ist ein bisschen dämlich, würden einige sagen. Aber für mich ist es genau richtig. Wir machen hier noch eine Connection an diese Clock. Dazu mache ich erstmal folgendes. Ich setze als erstes einmal, ah, oder, 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 oder. Ja, gut, jetzt müssen wir kurz ein bisschen überlegen. Also, ich möchte gerne, dass aus dieser Kiste nur dann Items genommen werden, wenn auch wirklich Flaschen gecraftet werden müssen. Deshalb, wie gesagt, mache ich jetzt etwas Interessanteres. Das Problem ist, Strom fließt nicht runter. Strom fließt immer hoch. Also, ich kann zum Beispiel von hier Strom nach oben laufen lassen. Aber, wenn diese Clock läuft, würde Strom nicht nach unten laufen. Das ist eine Besonderheit. Da tue ich mich jetzt gerade schwer. Weil, ich möchte ganz gerne eigentlich Folgendes haben. Eigentlich möchte ich gerne den hier haben. Aber ich kann das tatsächlich so bauen. Das ist ein bisschen weird, wie das jetzt gerade aussieht. Aber jetzt funktioniert das. Weil, jetzt kann ich nämlich hier Glas in diese Kiste reinpacken. Und das Schöne ist halt, das System würde das Glas nur dann aus dieser Kiste rausnehmen, wenn es benötigt wird. Das ist zwar jetzt ein bisschen dämlich, weil ich jetzt hier die Flaschen rausnehme. Jetzt ist das System ein Tacken langsamer da ruhig geworden. Das ist quasi, ich kann auch mal ein paar Flaschen hier rausnehmen. Denn jetzt muss das System halt mit jedem Cycle, dieser Clock schiebt, ist nur ein Item weiter nach vorne. Oder ein paar Items sogar weiter nach vorne. Sogar, ist das noch nicht so schlau gemacht? Nee. Nee, das ist leider wirklich noch nicht so ganz schlau gemacht. Ähm, wait, wait, wait. Äh, äh, ich bin damit noch gar nicht glücklich. M-m, 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 m-m. Hier, das gefällt mir noch nicht. Also, ich möchte gerne, dass die Items nur dann da oben rausgenommen werden, wenn der Crafter leer ist. Das heißt, wir müssen diesen Crafter noch irgendwie auslesen. Jetzt gucken wir mal, dass wir das jetzt schlau hier durchrouten. Ich kann ja hier einen Block dran machen. Und ich kann durch den Block, durch den Crafter hier auslesen. So, wenn der Crafter voll ist, dann gibt er die Stromstärke 9 aus. Das merken wir uns mal. Ähm, senden das Signal erstmal, damit wir damit weiterarbeiten können, durch den Block. Ich brauche Clean Stone. Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Deshalb setze ich nochmal hier einen Block hin und erhalte jetzt hier genau diese Stromstärke, die anliegt. Ihr seht, hier steht gerade Stromstärke 6. Das passt, weil drei Items fehlen. Stromstärke 9 bedeutet, es fehlen keine Items mehr. Und alles, was ich jetzt machen muss, ist, das einmal hier entlang zu leiten. Das gehen wir jetzt hier drunter her und leiten das hier drunter her und packen das da vorne rein, an dieser Stelle. Hier oben ist der Trichter, der die Kiste blockiert. Ah, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Nee, 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 das ist noch nicht so ganz richtig. Ähm, das ist jetzt doof. Wir müssen ja irgendwie auf die andere Seite kommen. Beziehungsweise, ja, dann machen wir es anders. Ähm, dann mache ich einfach hier eine Fackel hin. So. Die Fackel sperrt gerade diesen Trichter. Und was ich jetzt machen muss, ist, solange hier noch nicht die Stromstärke 9 anliegt, soll diese Fackel entschärft sein. Das heißt, ich zähle mal kurz. 2, 3, 4, 5, 6. Ähm, der Strom geht ja erst dann an, wenn Items in dem Craft da drin sind. Allerdings soll es ja erst bei 9 was passieren. Also mache ich, das ist nochmal ein bisschen anders, 6. Wir sind bei Stromstärke 6 an dieser Stelle. Hm, 6, 7, 8, 9. Das passt, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Genau, hier muss ich einen Verstärker hinsetzen. Ihr seht, der Strom connectet sich aktuell noch nach unten. Deshalb setze ich hier einen Block hin und schneide das Ganze ab. So, jetzt läuft die Technik. Ein bisschen ausleuchten nochmal. Machen wir kurz hier eine Lampe. Machen wir nochmal hier eine Lampe hin und fertig ist. Das heißt, jetzt macht die Anlage genau das, was ich haben möchte. Das heißt, ich kann hier mein Glas reintun. Das Glas wird nicht aus der Kiste rausgenommen. Aber, wenn hier Flaschen fehlen, wir werfen nochmal ein paar Flaschen raus und die Anlage fängt an, neue Items zu craften. Das müsste jetzt der Fall sein. Sollte, ach nee, warte mal, ich habe die Logik falsch herum gemacht. Warte mal, die Flaschen müssen jetzt ja schon rausgenommen werden. Das ist ja genau andersherum. Die Flaschen sollen erst dann blockiert werden, wenn es, ne, ihr seht, die Logik ist falsch herum. Die Fackel müsste eigentlich aus sein. Deshalb machen wir einfach Trick 17. Wir setzen hier einen Block hin, setzen hier eine Fackel dran und ändern diese Fackel so, dass sie an diesem Block dran ist. So, ihr seht, jetzt ist die aus. Die Items kommen nun aus der Kiste raus. So, es funktioniert. Ihr seht, die Items sind rausgeleitet. So lange, bis der Crafter voll ist. Das heißt, jetzt holt sich das System immer drei oder ein paar Blöcke ab. Seht, der Crafter, der hat jetzt wieder genug Items, weil ja noch genug Items hier quasi im Rückstau drin sind. Und immer, wenn der Crafter leer ist, wir tun das mal ganz kurz, so, der Crafter ist leer, holt sich der Crafter automatisch neues Glas. So, einen kleinen Moment, das geht ein bisschen raus. Und damit haben wir es. Das heißt, alles, was wir jetzt machen müssen für diese Farm, ist in dieser Kiste ab und zu mal ein bisschen Glas für Flaschen reinzulegen. Und dann haben wir es geschafft. Damit werden die Brewing Stands automatisch mit Wasserflaschen gefüllt. Deshalb muss ich diesen nervigen Job nicht mehr machen. Sie werden gecraftet und gemacht. Hier oben setzen wir dann die Dinger hier hin. Alles, was ich jetzt noch machen muss, ist, diesen Raum ein bisschen schöner zu bauen. Und dann machen wir zum Beispiel hier ein kleines Feld mit den Netherwarzen. Und dann kann man theoretisch hier Sachen craften. Kann dann die Sachen brauen. Kleines Braulabor. Und dann einfach zu der Farm schicken, wenn man mal Schleim braucht. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Und ciao, Leute.